Hey Leute, willkommen zurück zu draconius go Sorry, dass es länger kein video kam ich habe echt viel zu tun, wenn youtube kanal tut mir wirklich leid ich versuche möglichst viel wieder zu bringen Und heute sehen wir uns einige monster kämpfe mal an gegen uns was könnte ich so tun kann mal sehen was curly kann Dann sehen wir uns an was macht die bibliothek ganz wichtig leute Das ist schon mal echt wichtig was du nehmt immer eine bibliothek ein schau dass der timer abläuft das ist wichtig das spiel ist Kann ich schon mal spoilern dann öffnen wir den eier und entwickeln neue monster und ein level ab und los geht Dann fahre erst mal an mit ein paar monster kämpfchen da greift mich ein tempter an als einen den wir auch haben Da ich hörte nicht mal geheilt also bitte Gegen ein tempter heute einige spieler getroffen hat getroffen leider nicht gesehen in meiner umgebung also das spiel immer mehr leute ist richtig cool bin ich Also setzt sich langsam richtig durch Ich bin echt gespannt wie groß das noch wird wie weit das noch geht Lass mich schon mal überraschen würde ich sagen wenn wir ja es freut mich und was wir sind noch vorhört ist eigentlich sehe ich immer nur bis jetzt 90 prozent damenfrauen die das spielen Ich habe schon alles gesehen ist lustig irgendwie das haben wir mal kurz ab die coins ein natürlich heute jeden tag nicht vergessen eure arena münzen einsammelt viel staub ich krieg viel münzen das ist sehr wichtig und da geht's ab Da habe ich das erste mal die bibliothek den timer runtergebracht von 125 stunden man es glaube ich oder 26 Und ja das habe ich mal rumgerätselt was macht das was macht das was immer eine ganzen monster was macht die bibliothek ich hatte noch keine fertig das war mein erstes mal Ein bisschen rum überlegt dann wird aufgerückt aha Aha das macht die bibliothek ihr könnt eure erste oder zweite fähigkeiten fähigkeit von einem monster wechseln in eine andere random Ihr könnt euch nicht aussuchen sondern er wechselt das einmal entweder die erste attacke oder die zweite attacke Da hat ein bisschen durchgekriegt nebenbei ich habe nicht gewusst wo ich was ändern soll bei curly auf keinen fall Denn seine ulti macht einfach mal 100 dps knapp das schon krass Er ist auch okay da cool will ich nichts machen ist nicht stark genug dann heißt halt einfach bei einem dann mal versucht denn ich wollte wissen kann man sich was aussuchen ist es random Und wie lange ist dann der timer bis es wieder neu funktioniert also ich wollte es mir für euch und für mich erstmal ansehen was macht das Was macht die bibliothek ganz wichtig es ist echt nur kann man sagen ein wichtiger teil des spiels ein wichtiger teil des spiels da vielleicht Mach ich es bei ihm mach ich es bei ihm teste ich es bei ihm Knochenreißen weg auch knochenreißen klingt dann auch geil nein dank doch kein Befugung dass die erste entwicklung ist noch überhaupt keinen sinn Macht es wenn wir nur bei ent entwicklungen sollte erst zum beispiel eine entwicklung da ich mal gedacht die die ulti Geri rollt von blitz auf donner also seht das war random ich konnte nichts auswählen und das ist von blitz auf donna Donner finde ich besser und ja also das will ich und jetzt ist der timer auf 72 stunden lang habt ihr keine bibliothek die Müsst ihr warten also drei tage dann kannst du eine bibliothek wieder besetzen und dann würde ich darauf tippen dass dann wieder 125 126 stunden Die bibliothek halten müssen wir können sie auch eine artefakt verbessern dass es schneller geht Da haben wir kurz gehörige heilt sieht auch mehr cool aus dieses heilen im kampf ist eine schöne animation muss ich echt sagen Und da ja leider sieht man der curly ist einfach zu groß leute curly ist ein riese Da steht geist du musst du sie essen und sieht ihn einfach nicht die kleinen da muss ich aber mein stärkstes am nehmen 1300 ränden monster angreift das tut schon weh Es ist auch schwer auszuweichen wird man sieht hat einfach nichts man sieht bei curly einfach nichts Es ist immer wieder lustig mit ihm zu kämpfen ist eigentlich nicht so die geile idee für video wenn man sieht einfach nichts ich brauche dringend ein Neues stärkeres monster also ja neu stärkeres monster damit ich euch besser die gegner zeigen kann da sehen die uhr schon bei 49 stunden runter das ist Späterer zeitpunkt dann es gab das nächste mal zu sagen und greift ernsthaft ein kleines würmchen an was mich sehr an raubbier erinnert aber etwas Na alien form da musste ich mal wechseln denn ich kann nicht immer mit curly spielen da ich mal unseren gefangenen Ohren Ohrenum benutzt 572 ccp also ziemlich gleich da ich was getestet nämlich wenn die wpa die cp gleich sind ob man dann eine bessere belohung bekommt Man muss alles ausbrüllen man muss alles ausbrüllen Und ja also wir sehen ein wurm hat gegen die fledermaus einfach keine chance das ist wie real life leute auch wenn es ein alien rum ist mit einem auge und einem füller am kopf Ja das war keine chance gegen unseren Ohrenum Gegen unseren ohrenum beim 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 und tschüss kleines würmchen Bye bye Aber ja man kriegt gleich viele p gleich viel essenz also könnt ruhig oder stärkstes monster benutzt dass er Habt und da habe ich eine neue eine manuela getroffen falls du dieses video siehst ne grüße gehen raus was geht ab Nice nice ich habe gesehen du hast mehrere redenen zu keine nähe eingenommen also wieder mal eine dame gefunden sehr nice sehr nice und das schläft sind zwei kilometer ein was geht ab Bei diesen zwei kilometer ja es war gleich das ei wo ich sehr überrascht war Es schlüpft einfach mal ein weiterentwickeltes dummy wien aus mit vier links vier rechts also ein starkes Fünf ist das maximal haben wir schon besprochen und da schlüpft noch ein fünf kilometer das war am heimweg heute ja am heimweg 1845 Ein über was seria nice das können wir dann wahrscheinlich war gleich entwickeln würde ich mal sagen Haben wir auch noch nicht selbst entwickelt nur die weiterentwicklung gefangen Wie gesagt ich will jedes monster selbst fangen ich will jedes monster selbst entwickelt ganz wichtig das ist aber was spaß macht das sind für mich So es macht laune es macht einfach laune Da haben wir das dampfei mit vier links fünf rechts also stark Dass die wei entwickeln haben wir schon haben wir aber noch nicht selbst entwickelt deswegen muss das auch unbedingt video Aber es richtig super gute wie sagt man ev oder dv hat also gute versteckte werte hier nicht zum glück nicht versteckt man sieht sie einfach links und rechts bei Tech und defense was ich sehr geil finde und übrigens wenn links und rechts 5 ist heißt das dass das monster am ende Die höchsten wp erreichen kann für dieses monster wenn es nur 44 links und rechts hat kann es niemals zu stark an wie 1 das 55 links und rechts Also das wirkt sich auf die wp aus genau wie in pokemon go wo es die ev gibt gibt es hier halt auch diese anzeige die Direkt ist und dann wirklich ein pilz das kleine alien pilzig haben wir noch nie entwickelt Und was wird da wohl die weiterentwicklung sein Haben noch nicht gemacht wir haben die dritte entwicklung gefangen aber die zweite haben wir noch nicht Oder sie sich eine kleine schöne pilz dame mit röckchen sieht richtig lustig aus Und da wird sie tempestarium hinzugefügt wer rechts unten seht die Hatentwicklung haben wir schon wie gesagt tanz erwähnt ist leider schlecht links 1 rechts 1 aber einfach für den eintrag und damit noch 1 mit 4 links 5 rechts aus einem ei Das muss ich gerne mal entwickeln das will ich dann auch bald mal weiterentwickeln einfach nur so um ein bisschen mehr stärkeren monster zu haben Mit ev wo ich dann auch später mal sagen kann okay jetzt bin ich das und das level ich habe hier richtig geile monster Und ich finde in der wildnis aber kein besseres dann power ich das mit sternstaub einfach hoch mit essenz hier Dann entwickeln wir das über wasser jahren das hatten wir noch nicht selbst entwickeln sondern nur die weiterentwicklung gefangen die zweite stufe die dritte stufe haben wir noch nicht das kleine fischchen hat mich drei entwicklungsstufen Das haben wir leider noch nicht Süßes sehpiertig waren leider im pink ist jetzt nicht so wie männlich aber ja Es ist halt ne und das noch einmal weiterentwickeln dann habe ich die dritte stufe auch im bestaarium Ich bin gespannt wie stark das wird muss ich schon sagen Also echt Wir helfen zwischen sehpferdchen Fall schon zu süß also nicht wirklich männlich wie gesagt aber ja ist egal Man braucht es einfach und dabei wollte ich die ep noch mal zeigen ich bin bei 20.000 von 25 und da habt ihr gesehen Ist es hochgesprungen warum weil ich in der zwischenzeit entwickelt habe Ich habe ganz viele monster entwickelt So wie die potys zum beispiel und da kommt das letzte potty was uns ein weiteres level abgeben wird ziemlich nice Ich habe noch zwei zehn kilometer ja glaube ich gerade bei brüten also ich hoffe da kommt was geiles raus Es ist leider schon oft müll aus den eingekommen aber das ist auch in jedem spiel so ein brüten kann Und dieses kleine monster aber was übrigens auch mein erstes monster was wir gefangen haben Hat uns geholfen auf das nächste level die kleine feuerkralle oder fuhrkralle Einfach mal falsch geschrieben falsch übersetzt und level 19 erreicht dass ich bin jetzt der jetzige stand level 19 Wie gespannt wenn wir bei 21 schaffen level 1 6 oder angeblich jetzt sehr wichtig sind und das ist aber die eier links also wie gesagt für 2 10 kilometer wir sind gerade in term brütung Sehr wichtig wenn die schlüpfe durch zeigt euch sofort ich freue mich schon sehr drauf ich hoffe aus zehn kilometer her kommen richtig geile monster Ich bin gespannt ich bin gespannt und ich muss er möglichst bald wieder schnell auf die gold eis suche gehen Mit euch für euch für mich könnt ihr wieder Es wäre halt schon nice noch mal ein curly zu bekommen ich mag curly aber in stärkern dass ich nicht hochpowern muss sondern dass es direkt zum beispiel keine 1.500 1800 cp hat bin ich schon sehr gespannt bin ich sehr gespannt wenn man leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne like da Schreibt mir auch gerne was in den kommentare ich lese immer alle kommentare beantworte alle kommentare haut einfach was unten rein Und wenn ihr euch mal in der arena treffen und euch grüße hier wieder lasst mich wissen ob ihr das wart Und schreibt auch gerne unten rein habt ihr auch schon andere spiel in eurer nähe getroffen Gibt es das jetzt schon mehrfach wird das immer mehr 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 das spiel ich hoffe es nicht mehr verpassen wollt lasst auf jeden fall ein abo da Und schaut auch gerne bei den anderen let's place vorbei erzählt auch gerne euren freunden dass wir hier draconius go spielen und leute Danke fürs zusehen bis zum nächsten mal viel spaß na gutes fangen gutes brüten und haut rein